Du gehst gerne shoppen und bezahlst lieber weniger als andere? Ab jetzt kannst du mit der Moveo-App Moves sammeln und sie gegen Rabatte tauschen. Es ist ganz einfach. Je mehr du unterwegs bist, umso mehr Geld sparst du. Die Moveo-App belohnt jede deiner Bewegungen mit Shopping-Rabatten und Einkaufsgutscheinen. Je umweltbewusster du unterwegs bist, desto mehr. Wie das geht? Ganz einfach. Mit der App Moveo auf dem Handy bekommst du für jeden zurückgelegten Kilometer Punkte. So genannte Moves. Je umweltfreundlicher du dich fortbewegst, desto mehr. Die gesammelten Moves kannst du bei deinen regionalen Geschäften eintauschen. Mit Moveo hast du die besten Angebote, Schnäppchen und Preisvorteile deiner Umgebung immer im Blick. Damit tust du der Umwelt, dem regionalen Einzelhandel und dir selbst was richtig Gutes. Moveo – die App für Clevere. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020